Liebe Leute, herzlich willkommen in der Dunkelkammer und natürlich auch wie immer herzlich willkommen Patrick. Ja, willkommen Quadruple M, Mordbericht erstattender Midnight-Menschen Max. Das musst du den Leuten jetzt erklären, das war jetzt die kleine Retourkutsche, weil ich dir ja einmal das Pseudonym Triple P verpasst habe. Mein Podcast-Praktikant Patrick Triple P. Sehr gut Max, ein Callback nennt man das glaube ich in der Dramaturgie, keine Ahnung. Ähm, Mordbericht erstattender Midnight-Menschen Max, Midnight-Menschen, das Pseudonym von dem lieben Max, sein YouTube-Channel und ich dachte mir, ich mache auch einen kleinen Wortwitz mit seinem Namen. Ja, ich habe tatsächlich nachgeguckt, was nach Triple kommt, damit ich diesen Wortwitz gestalten kann, die Ehrlichkeit der Pointe hinter dem, was gerade eben gesagt wurde. Ich wollte witzig in die neue Season einsteigen, Max. Ja, genau, das richtige Stichwort, die neue Season, deswegen trifft sich der Callback-Humor ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also liebe Leute, wir sind zurück nach einer kurzen Pause. Wie angekündigt geht es jetzt mit der nächsten Season weiter. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesagt, aber vielleicht haben es ja einige nicht mitbekommen. Also es wird mindestens 24 weitere Folgen geben. Dann noch als Hinweis, wir haben auch bei Instagram ein wenig aufgeräumt, da gab es auch ein paar Nachfragen. Das hat den Grund, dass wir das ab jetzt etwas umstrukturieren wollen und uns da künftig ja vielleicht auch als Person noch ein bisschen mehr einbringen möchten. Also uns vielleicht auch mal zeigen und ja, wer sich der Illusion weiter hingeben möchte, dass wir irgendwie tageslichttauglich wären, der sollte uns jetzt auf Instagram deabonnieren. Also ihr seid alle gewarnt. Sehr gut zusammengefasst, Max. Ja, kann ich mich nur den Worten von Max anschließen. Es wird jetzt öfter mal Hintergrundblicke hinter unserer Arbeit geben und ja, vielleicht gefällt euch das ja auch. Und ansonsten seht ihr natürlich auch den ganz normalen Wahnsinn auf Instagram. Wie immer Informationen behind the scenes, je nachdem, was möglich ist, ohne auch Urheberrechte zu verletzen natürlich. Ja, und die Leute, die können uns ja eigentlich auch bei unseren Entwicklungen begleiten. Wir wissen ja beide, wir haben uns gegenseitig gestanden. Unser geheimer Traum, eine zweite Karriere als Fitness-Influencer. Das sehen die Leute ja noch nicht. Momentan sind wir ja noch quasi Lockdown-geschädigte Crime-Blobs. Und ja, vielleicht können sie uns dabei beobachten, wie wir es schaffen zum, ich weiß nicht, gemeißelten Olympioniken. Bald, bald gemeinsam auf der Bodybuilder-Bühne ein paar Muskeln präsentieren. Vielleicht, vielleicht, aber... Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Lasst euch überraschen, Leute. Es ist auf jeden Fall sehenswert der Content auf Fitness Max und Fitness Patrick. Ja, gut, dann machen wir einen Cut. Wir sind ja auch kein True-Gym-Podcast, sondern, was sind wir, Patrick? Ein True-Crime-Podcast. Und Max, möchtest du uns denn vielleicht sagen oder den ZuhörerInnen, was für einen Fall wir uns mit dem Season-Auftakt überlegt haben? Ja, der heutige True-Crime-Fall, den wir uns in der Dunkelkammer näher anschauen, das ist der Serienkiller John Edward Robinson. Ein Mann aus Kansas City in den USA, der hat einige schwere Verbrechen begangen im Zeitraum 70er, 80er, 90er Jahre. Er hat mehrere Menschen getötet und einige seiner Opfer hat er im Internet kennengelernt. Deswegen trägt er heute auch den bekannten Beinamen der erste Internet-Serienkiller. Ja, so viel mehr möchte ich dann noch gar nicht verraten. Und wenn du nichts noch anzufügen hast, Patrick, würde ich sagen, starten wir einfach wie immer mit der bekannten Falldarstellung. Ton ab. John Edward Robinson wurde am 27. Dezember 1943 in Cicero, Illinois, geboren und hatte vier Geschwister. Sein Vater war ein Alkoholiker und seine Mutter sehr streng und gebieterisch. Er hatte also kein einfaches Leben. 1957 erhielt er die Auszeichnung Eagle Scout. Eine Auszeichnung, die etwas sehr Besonderes ist und die nur jeder zehnte Pfadfinder in den Staaten erhält. Robinson soll einigen Quellen nach sogar mit den Pfadfinder nach London geflogen sein, um vor Queen Elizabeth etwas aufzuführen. Das Pfadfinder-Dasein war also seine Flucht aus den zerrütteten Familienverhältnissen. Im gleichen Jahr wurde er auf eine private Schule geschickt, dessen Hauptziel es war, Jungs auszubilden, die später einmal Priester werden wollen. Jedoch wurde er schon nach einem Jahr wegen Disciplinary Issues von der Schule geworfen. Was genau er falsch gemacht hat, wird nicht erläutert. Aber er hat sich offensichtlich nicht gut genug benommen, um sich im Konservatismus durchzuschlagen. 1961 schrieb er sich am Morton Junior College in Cicero ein. Er wollte dort eine Ausbildung zum medizinischen Röntgentechniker machen, aber auch diese brach er nach zwei Jahren ab. Drei Jahre später, 1964, heiratete er Nancy Jo Lynch und bekam mit ihr 1965 einen Sohn, 1967 eine Tochter und 1971 Zwillinge. Eigentlich lebte Robinson ein genügsames, einfaches Leben, dessen er aber irgendwann überdrüssig wurde. Er wollte mehr. Weil er aber nicht die nötigen Voraussetzungen hatte, versuchte er es auf allerlei Wegen, nur nicht auf dem Legalen. 1969 wurde er das erste Mal straffällig. Er arbeitete als medizinischer Röntgentechniker in einer Praxis. Hier solltet ihr hellhörig werden. Denn wie gerade eben erwähnt, hatte er die Ausbildung ja nie abgeschlossen, weswegen er Dokumente gefälscht hat, um dort unterzukommen. Dabei wurde er zwar schon straffällig. Wobei er aber erst auflog, war eine Unterschlagung von mehr als 30.000 Dollar. Das wären heute, inflationär bereinigt, knapp 200.000 Dollar. Also kein kleines Verbrechen. Und eine Unterschlagung von so viel Geld fällt auf. Robinson wurde festgenommen und zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Eine milde Strafe für ein Verbrechen diesen Ausmaßes. Wahrscheinlich aber, weil er vorher noch nie mit dem Gesetz in Berührung gekommen ist. Natürlich lernt er nicht aus seinem Fehler. Sonst würden wir nicht über ihn im Podcast sprechen. 1970 reiste er nach Chicago, ohne es vorher mit seinem Bewährungshelfer abzusprechen. Dort nahm er einen Job als Versicherungskaufmann an und unterschlug wieder Geld. Es fiel auf, er wurde festgenommen. Aber auch dieses Mal kam er nicht hinter Gitter. Sondern seine Bewährung wurde einfach nur verlängert. 1975 war es keine Unterschlagung, sondern Betrug. Er hat zwei medizinische Beratungsfirmen gegründet, die eigentlich keine medizinischen Beratungsfirmen waren. Sondern deren Zweck einzig und allein Betrug war. Er wollte wieder illegal Geld machen. Auch hier wurde er wieder festgenommen und bekam wieder nur eine Verlängerung der Bewährung. War also immer noch auf freiem Fuß. Man kann also sagen, er war kein besonders geschickter Verbrecher. Aber jemand, der sich gut verkaufen konnte. Denn ansonsten wäre er nach drei Verbrechen nicht mehr auf freiem Fuß. Während dieser Zeit veränderte er sein äußeres Erscheinungsbild. Er zog sich konservativ und kultiviert an, wurde ein Scoutmaster, also ein Ausbilder für Pfadfinder, Baseballtrainer und Sonntagslehrer. Durch sein neues Auftreten schaffte er es, 1977 sich in eine höhere Position einer Wohltätigkeitsorganisation zu bringen. Als er sie inne hatte, fälschte er Briefe, die ihn lobten und unterschrieb sie im Namen des Bürgermeisters und Bürgermeister anderer Städte. Dadurch wurde er zum Man of the Year, der Organisation und warf eine Party, auf der er sich selbst beweihräucherte. 1979 endete seine Bewährung, aber schon ein Jahr später, 1980, wurde er wieder aufgrund von Unterschlagungen und Betrug verhaftet. Dieses Mal wurde er sogar zu 60 Tagen Haft verurteilt. Die 60 Tage saß er 1982 ab und als er wieder rauskam, beging er direkt das nächste Verbrechen. Er nutzte die Verzweiflung eines seiner Freunde aus, dessen Frau im Sterben lag und der die Arztrechnung nicht mehr stemmen konnte. Er versprach ihm durch kluge Investitionen sein Geld zu vervielfältigen und so endlich keine Probleme mehr mit den Kosten zu haben. Der Freund gab Robinson 25.000 Dollar und Robinson machte sich aus dem Staub, ohne ihm auch nur einen Cent wiederzugeben. Zur gleichen Zeit soll er auch begonnen haben, die Frauen aus der Nachbarschaft sexuell zu belästigen. Einmal soll es sogar zu einer Schlägerei zwischen ihm und einem Ehemann gekommen sein. Er selbst hat auch gesagt, dass er 1982 einem geheimen sadomasochistischen Kult namens The International Council of Masters beigetreten ist und schon nach kurzer Zeit die Rolle des Slave Masters eingenommen hat. Das soll die höchste Position dieses Kultes gewesen sein. Robinson sei dafür verantwortlich gewesen, Opfer zu den Versammlungen zu locken, wo sie gequält und vergewaltigt wurden. Aber das waren nur die ersten Verbrechen von John Edward Robinson. Seine kriminelle Laufbahn hatte noch lange nicht ihren Zenit erreicht. Wie sich in der heutigen Folge zeigen wird, war er nicht nur der erste Internetkiller, sondern auch verantwortlich für viele abstruse Taten und Morde, die eine Gewissenlosigkeit voraussetzen, von der ich in dieser Art und Weise seltenst gelesen habe. Ja, das war also die Falldarstellung. Ihr seid alle im Bilde. John Edward Robinson hatte sich also bereits einen Namen als Betrüger gemacht, aber er musste seltsamerweise nie längere Zeit ins Gefängnis. Seine ursprüngliche Haftstrafe war nun für fünf Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Das beeindruckte Robinson aber wenig, denn er blieb weiterhin kriminell. Im Sommer 1982 gründete er ein neues Unternehmen, eine Beratungsfirma. Die hatte nur einen Zweck, nämlich mögliche Investoren zu finden und denen ihr Geld abzunehmen. Robinson hatte solch einen Geldgeber gefunden und zwar in einem Bekannten und eine Sache daran war besonders perfide. Dieser Mann hatte eine todkranke Frau an seiner Seite und musste dementsprechend immense Krankenhauskosten begleichen. Dann kam Robinson und garantierte ihm das schnelle Geld, also gab der Mann ihm im guten Glauben 25.000 Dollar. Ja, dieses Geld hat er nie wieder gesehen. 1982 war aber noch aus einem anderen Grund ein sehr entscheidendes Jahr für das Leben von Robinson. Er zeigte hier im Alter von 38 Jahren erstmals öffentlich ein sexuell aggressives Verhalten. Er belästigte nämlich vermehrt Frauen aus der eigenen Nachbarschaft und deswegen geriet er sogar mit einem anderen Ehemann in eine Schlägerei. Eine Seite, die er privat durchaus auch schon davor auslebte. Er hat zum Beispiel seine eigene Frau Nancy immer wieder verprügelt. Die ist aber trotz der häuslichen Gewalt noch lange Zeit bei ihm geblieben. Ein Punkt, der ja bei uns Patrick auch für einige Fragen gesorgt hat. Natürlich auch unter dem Aspekt des möglichen Mitwissens, was da noch folgen sollte. Aber vielleicht können wir da ja später auch noch drauf eingehen. 1984 war dann das Jahr, in dem die kriminelle Energie von Robinson nochmal einen immensen Schub erhielt. Denn in diesem Jahr beging er seinen ersten Mord. Er lernte eine junge Frau namens Paula Godfrey kennen, gerade mal 19 Jahre alt, und bot ihr an, im Vertrieb seiner Firma zu arbeiten. Er versprach ihr unter anderem ein gutes Gehalt und dass sie auf seine Kosten diverse Fortbildungen machen könnte. Paula war natürlich überglücklich über diese Chance und willigte ein. Sie wurde von Robinson zu Hause in Kansas abgeholt. Und den Eltern wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter nun zum Flughafen gebracht würde, um mit einer Gruppe anderer Frauen zu ihrem Fortbildungsseminar nach San Antonio zu fliegen. Was die Godfrey's zu diesem Zeitpunkt nicht wussten. Der Moment der Verabschiedung war das letzte Mal, dass sie ihre Tochter Paula lebend sehen würden. Die Tage vergingen, die Eltern hörten nichts von Paula, sie machten sich natürlich langsam Sorgen und meldeten ihre Tochter schließlich als vermisst. Der Vater fuhr sogar persönlich nach San Antonio, um dort zu suchen. Er stellte dann vor Ort fest, dass Paula niemals in ihrem Hotel eingecheckt hatte. Daraufhin suchte der Vater Robinson auf und sagte ihm, Paula solle sich bitte innerhalb der nächsten drei Tage melden. Tatsächlich ging dann ein Brief bei der Familie Godfrey ein, scheinbar von Paula verfasst. In diesem stand mit einer Schreibmaschine geschrieben, dass sie okay wäre und irgendwo neu anfangen wolle und die Familie sie bitte nicht suchen solle. Unter diesem Text die scheinbare Originalunterschrift der Frau. Die Eltern waren aber mehr als skeptisch, denn der Brief enthielt einige grammatikalische Fehler, was doch sehr ungewöhnlich für Paula gewesen sein soll. Man ging also davon aus, dass der Brief gefälscht war. Natürlich wurde dann auch John Edward Robinson befragt. Er war ja einer der letzten Menschen, mit denen Paula Kontakt hatte. Aber man konnte ihm nichts nachweisen. Also das Verschwinden von Paula Godfrey war vermutlich der erste Mord in einer Serie von schrecklichen Verbrechen. Im selben Jahr noch, also 1984, kam Robinson auf eine weitere Geschäftsidee. Unter dem Namen seiner Scheinfirma mietete er ein Doppelhaus und betrieb in diesem ein Bordell. Und zwar eines, das auf SM-Praktiken spezialisiert war. Zu dieser Zeit erzählte er verschiedenen Frauen, dass er der Anführer eines geheimen, international operierenden Sadomaso-Kults wäre, nämlich dem sogenannten International Council of Masters. Er hätte dort die Funktion des Slave Masters, also seine Aufgabe wäre es, Sklavenen für geheime Treffen für Sexpartys zu finden. Und diese Bezeichnung, Slave Master, die sollte ja einige Jahre später nochmal von Robinson als Pseudonym benutzt werden. Aber dazu sagst du uns ja dann auch noch mehr, Patrick. Aber ich persönlich, das kann ich ja sagen, ich dachte mir hier schon beim Lesen, also dieses Titels, ja, dass der irgendwo nicht nur etwas über sexuelle Vorlieben aussagt, sondern hier tatsächlich auch so ein gewisses Machtverständnis sich da drin versteckt vielleicht, ja. Also dass Robinson sich vielleicht sogar Frauen im Allgemeinen als übergeordnet empfand, als Slave Master. Ja, kurz darauf folgte eine Episode, die mich persönlich wirklich sprachlos gemacht hat. Im Dezember 84 besuchte Robinson in Kansas City ein Krankenhaus mit einer angegliederten Adoptionsstelle. Dieses Krankenhaus fungierte auch als soziale Einrichtung, die Frauen in Notsituationen aufnahm. Robinson ging also unter falschen Namen dorthin und gab sich bei einer Sozialarbeiterin als der Sprecher von Kansas City Outreach aus. Einer Firma, die, so behauptete er, alleinstehenden Müttern in Notsituationen helfen würde, eine Wohnung und Arbeit zu finden. Falls die Sozialarbeiterin da potenziell hilfsbedürftige Frauen kennen sollte, könnte sie diese gerne an Robinson weitervermitteln. Genau das tat das Krankenhaus auch. Im Januar 85 meldete sich die 19-jährige Lisa Stasi bei Robinson. Lisa hatte eine junge Tochter namens Tiffany, vier Monate alt. Sie wäre arbeitslos und bräuchte halt Unterstützung. Robinson hat ihr dann einen Job in Chicago versprochen, ein eigenes Apartment und eine ganztägige Betreuung für das Baby. Alles, was Lisa tun müsste, wäre, sich mit ihm zu treffen und ein paar Briefe vorzuunterzeichnen. Lisa Stasi wurde dann von Robinson mit dem Auto abgeholt und in ein Hotel gebracht. Und das war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. So. Direkt nach ihrem Verschwinden rief John Edward Robinson seinen Bruder Don in Chicago an. Don und seine Frau Helen hatten seit einiger Zeit erfolglos versucht, ein Kind zu adoptieren. Nun war also John am Telefon und sagte den beiden, er wüsste von einem Baby, dessen Mutter sich gerade das Leben genommen hat und das adoptiert werden könnte. Am nächsten Tag trafen sich dann alle am Flughafen in Kansas City und Don und Helen bekamen von John ein vier Monate altes Mädchen überreicht, mitsamt Adoptionspapieren. Die beiden waren natürlich überglücklich und nun müssten sie John nur noch vier bis fünftausend Dollar geben für ein paar offene Notarkosten, so sagte er das. Dann wäre das Mädchen offiziell eine Robinson. Ja, also ich fasse das nochmal zusammen, weil sich hier vielleicht einige bei so viel Grausamkeit fragen, ob sie das wirklich überhaupt richtig verstanden haben. Also John Edward Robinson lockt eine junge Mutter zu einem Hotel, tötet diese dort, schnappt sich deren vier Monate altes Baby und vermittelt das gegen ein paar tausend Dollar an den eigenen Bruder, der nun unwissend und überglücklich glaubt, dass der lang gehegte Kinderwunsch mit seiner Frau endlich erfüllt wurde. Ja, also ich meine, wir haben hier in der Dunkelkammer wirklich schon einige grenzüberschreitende Dinge besprochen, aber hier war ich wirklich, wirklich fassungslos. Oder Patrick? Ja, ja, voll. Also man kann ja auch sagen, während der Recherche schreiben wir uns ja auch manchmal gegenseitig Nachrichten und ich hatte vor Max mit der Recherche angefangen und hab dem Max dann auch geschrieben, dass bei dem Fall eine Sache ist, die ich so noch nicht gelesen habe. Da war ich wirklich auch vor den Kopf gestoßen, weil ich konnte das einfach nicht verstehen, wie jemand so grausam und böswillig sein kann. Und ich hab dem Max nicht gesagt, was es ist, aber er wusste direkt in dem Moment, wo er es dann einen Tag später gelesen hat, was ich damit meinte. Also wirklich unglaublich grausam. Also ich kann das gar nicht verarbeiten, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Also viel zu krass, jemanden zu töten, das kleine Kind zu nehmen und dann auch seinen Bruder, der natürlich dann auch ein bisschen bedrängnis später gekommen ist, ein Kind bei sich zu haben, was ja Teil einer Tat seines Bruders war. Und wie Max eben schon angedeutet hat, wird die Frage natürlich auch noch eine Rolle spielen oder hat eine Zeit lang eine Rolle gespielt, ob der Bruder etwas davon wusste, ob er Teil des Ganzen war oder ob er wirklich blindlings einfach aufgrund seines verzweifelten Kinderwunsches das Kind genommen hat und nicht weiter nachgehakt hat. Weil, sind wir ehrlich, die Situation ist schon komisch, dass sein Bruder mit einem Kind ankommt, der ja sonst nicht wirklich was damit zu tun hat, ihm 5000 Euro abnehmen möchte und ihm dann ein Kind übergibt. Also da stellt man sich ja normalerweise Fragen, oder nicht? Total. Hattest du da auch recherchiert? Tatsächlich hat die Tochter von Stasi, hat später ein Interview gegeben und hat die Situation geschildert, wo ihr Adoptivvater die Nachricht erhalten hat, dass der Bruder ein Mörder ist und sie hat gesagt, dass er auch aus allen Wolken gefallen sei. Natürlich, durch die Aussage könnte man jetzt denken, dass er nichts davon gewusst hat, aber wer weiß, wie viel davon gespielt ist, wie viel nicht, also das kann man im Nachhinein jetzt nicht mehr rekonstruieren. Sie glaubt ihm aber, dass er nichts davon wusste. Ja, also ich hatte selber auch recherchiert, weil natürlich diese Frage doch irgendwo sehr interessant und auch wichtig ist und das hatten wir ja gerade angedeutet, aus den Mainstream-Quellen geht eigentlich nicht so eindeutig hervor, ob der Bruder eben mehr wusste oder nicht. Und deswegen habe ich selber nochmal einige zeitgenössische Presseberichte durchstöbert und ja, der Bruder Don und seine Frau Helen, die waren nicht eingeweiht, also sie wurden selber Opfer von John und sie haben es, ohne es zu wissen, das Kind eines Mordopfers gehost gezogen. Und ja, darauf werden wir später ja noch genauer eingehen, aber du hast es gerade auch schon angedeutet, es sei jetzt hier auch schon verraten, es dauerte 15 Jahre, bis Heather Robinson herausfand, dass sie eigentlich Tiffany Stasi hieß und dass ihr scheinbarer Onkel John ihre eigene Mutter getötet hat. Also wirklich heftig. Aber leider war das hier noch lange nicht das Ende der Taten. Robinson betrieb die ganze Zeit über weiterhin sein Bordell, etwas das vom FBI bereits beobachtet wurde, 1985 versuchte man eine Undercover-Agentin einzuschleusen. Aber bereits bei dem Vorstellungsgespräch sollen solche Abgründe bei Robinson zutage gekommen sein und er soll so schreckliche Vorstellungen geäußert haben, dass man die Agentin dann doch wieder abzog, mit der Begründung, dass ihre Sicherheit gefährdet wäre, sollte sie für Robinson arbeiten. Ja, nun könnte man vielleicht meinen, dass man diesen Prostitutionsring deswegen direkt zerschlug, aber das passierte nicht, also aus welchen Gründen auch immer, aber Robinson konnte einfach ungehindert weiter Frauen einbestellen und für sich arbeiten lassen. Darunter auch eine gewisse Theresa Williams, damals gerade 21 Jahre alt. Sie arbeitete in einer Wäscherei und bekam nun von Robinson plötzlich ein komplett neues Leben in Wohlstand in Aussicht gestellt. Er hat ihr eine Wohnung gemietet und kümmerte sich auch darum, dass sie eine Fahrgelegenheit hatte, um zu ihren Freiern zu kommen. Das Ganze lief einen Monat lang und dann stand Robinson eines Morgens plötzlich in ihrer Wohnung, wildfuchtelt mit einer Pistole und laut schreiend. Er hatte nämlich gerade einen Wutanfall, weil Theresa zuvor ihren festen Freund mit in die gemietete Wohnung nahm. Ich habe dann auch noch ein paar Quellen gefunden, laut denen er sie auch unter vorgehaltener Waffe versucht haben soll zu vergewaltigen. Theresa hat dann die Polizei gerufen und Robinson wurde tatsächlich verhaftet, gerade noch rechtzeitig, wie sich herausstellte, denn er hatte Theresa eine Reise auf die Bahamas in Aussicht gestellt und wie wir ja nun schon mehrfach gezeigt bekommen haben, wenn dieser Mann einer jungen Frau eine Reise anbot, dann steckte dahinter wohl der Plan, diese Frau zu ermorden. Das FBI, das Robinson ja eh schon länger beobachtet hatte, hatte nun also einen Grund, ihn zu verhaften und vielleicht wäre man ihm hier auch schon bezüglich der vorigen Verbrechen, der Morde auf die Schliche gekommen, aber es gab ein Problem. Theresa erschien nämlich nicht wie vereinbart zu einer gerichtlichen Gegenüberstellung mit Robinson. Genau das ist in den USA aber ein verfassungsmäßiges Recht. Also ganz interessant, im sechsten Zusatzartikel der US-Verfassung heißt es, dass jeder angeklagte Mensch das Recht hat, Zeugen gegenübergestellt zu werden, die ihn belasten. Das hat den Grund, dass die Angeklagten die Möglichkeit haben sollen, die Glaubwürdigkeit der Zeugen auch vor der Jury in Frage stellen zu können, beziehungsweise diese zu überprüfen, damit die Jury eben nicht auf Basis zum Beispiel einer schriftlichen Zeugenaussage ihr Urteil fällt. Genau diese Anwesenheitspflicht hat Theresa aber nicht erfüllt und deswegen konnte Robinson aus formalen Gründen nicht verurteilt werden. Nun gab es ein großes Problem. Robinson sah in Theresa Williams eine Gefahr. Eine Gefahr, die beseitigt werden müsste. Williams war inzwischen vom FBI in ein Zeugenschutzprogramm gesteckt worden, deswegen hatte Robinson einen Privatdetektiv beauftragt, sie ausfindig zu machen. Theresa wechselte mehrmals den Wohnort und ist letztlich wirklich nur knapp dem Tod entkommen, so muss man das sagen. Ja, natürlich stellt sich hier die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass Robinson immer noch auf freiem Fuß war, nie länger im Gefängnis saß und auch jetzt noch weiterhin Betrügereien begehen konnte, obwohl er ja eigentlich schon längst im Fokus des FBI stand. Also ein großes Rätsel. Robinson hat selber jedenfalls im Traum nicht daran gedacht, sich jetzt irgendwie bedeckt zu halten, ganz im Gegenteil. Er nutzte weiter seine Scheinfirmen, um an Geld zu kommen. Im August 85 war er sogar auf dem Cover einer Zeitschrift für Pharma. Er stellte dort sein Unternehmen vor und suchte öffentlich nach Investoren. Und die hat er dann auch tatsächlich gefunden. Zwei Pharma haben ihm mehrere tausend Dollar gegeben und auch das Geld war natürlich für immer futsch. Also nochmal, das alles passierte in einem Zeitraum von nur etwas über einem Jahr. Also die Ermordung von Lisa Stasi und die Weitergabe ihres Kindes. Die Gründung des Bordells, das Bedrohen von Theresa Williams und der Betrug mit der Scheinfirma. Und trotzdem blieb John Edward Robinson weiter auf freiem Fuß. Ja, leider muss man natürlich ganz klar sagen, denn es sollten ja noch einige Menschen hier in diesem Fall ihr Leben verlieren. Zwei Jahre später, im Jahr 1987, lernte Robinson dann die 27-jährige Texanerin Catherine Clampet kennen. Auch sie war eine alleinstehende Mutter, auch sie hatte die Hoffnung auf ein besseres Leben. Und auch hier nutzte Robinson genau das aus. Er versprach ihr einen Job in Kansas City, teure Reisen, schöne neue Kleidung. Ein Angebot, das so verlockend war, dass sie es natürlich annahm. Catherine ließ also ihr Kind bei den Eltern und reiste nach Kansas zu Robinson. Und dort verliert sich ihre Spur. Ja, was genau ihr zugestoßen ist, ist bis heute unklar. Es wurde auch niemals eine Leiche gefunden. Aber es ist natürlich naheliegend, dass Robinson auch sie ermordet hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte er also bereits drei Frauen getötet. Paula Godfrey, Lisa Stasi und nun Catherine Clampet. Und dann ist etwas passiert, was man hier bei dieser Geschichte vielleicht kaum noch für möglich gehalten hätte. Robinson musste nämlich 1987 das erste Mal in seinem Leben für längere Zeit ins Gefängnis. Und genaues dazu sagst du uns jetzt, Patrick. Ja, vorweg ist das ja schon fast. Ja, das ist so grotesk, dass er Morde begangen hat und letztendlich hinter Gitter gekommen ist wegen mehrfachen Betrugs. Und in Missouri, wegen Betrugs, was nicht genauer definiert wird und nicht Einhaltung seiner Bewährungsauflagen. Die hat er auch nicht zum ersten Mal gebrochen, sondern schon öfters. Und ja, dass er wegen Betrugs und nicht wegen der Morde irgendwie verhaftet wird. Obwohl die Verbindungen ja relativ leicht zu ziehen wären. Er hat auch schon vorher einmal 60 Tage im Gefängnis gesessen. Aber das war, glaube ich, auch nach dem dritten Verbrechen, auch wegen Betrugs. Aber Max hat es gerade gesagt. Endlich sitzt dieser bösartige Mensch hinter Gitter und bekommt das, was er verdient hat. Aber es war nicht für lange Zeit. Das kann man jetzt auch schon vorweggreifen. Im Gefängnis aber im Juni 1987 ist sein Vater dann gestorben. Und ja, durch das Emotionale, was ihm abverlangt wurde oder aus welchen Gründen auch immer, hat er selber leider auch kurze Zeit später mehrere Schlaganfälle gehabt, die neurologische Schäden auch hinterlassen haben. Und ab dem Zeitpunkt hing seine rechte Gesichtshälfte hinunter. Trotzdem schafft es aber Robinson, das äußere Bild, was er schon damals geschaffen hatte, dieser konservative, kultivierte Mann, das auch den Wärtern und Gefängnisdirektoren aufzudrängen. Also er wurde wirklich zum Liebling der Wärter und des Gefängnisses. Das lag nicht nur an dem Grund, dass er sich nach außen hin liebevoll gab, sondern auch an seiner hohen Affinität zu Computern. Denn er hat ein Programm für das Gefängnis in Kansas entwickelt, das diesem Gefängnis 100.000 Dollar pro Jahr eingespart hat. Und natürlich sahen das die Führungspersönlichkeiten sehr gerne. Und Robinson wurde ab dem Zeitpunkt dann mit Samthandschuhen angefasst. Im November 1990 wurde eine Bewertung zu ihm abgegeben, die wie folgt lautete. Robinson ist ein liebevoller Familienvater, der nicht gewalttätig ist und keine Bedrohung für die Gesellschaft ist. Also wirklich absurd, dass das Doppelleben, was er sich geschafft hat, auch im Gefängnis funktionierte. Im Gefängnis lernte er auch die 49-jährige Beverly Bonner kennen. Das war die Bibliothekarin des Gefängnisses. Und auch sie konnte er so bezürzen, dass sie ihm komplett verfallen ist und 1993 sogar ihren Mann für ihn verlassen hat und auch, wie alle anderen Frauen, nach Kansas gezogen ist. Also natürlich muss man hier anmerken, Robinson saß nicht lange im Gefängnis und war 1993 schon wieder auf freiem Fuß. Und wie ihr euch auch schon denken könnt, hat er auch Beverly Bonner leere Versprechungen gemacht, dass sie für ihn arbeiten kann, dass es Reisen gibt, sehr viel Geld und sie ist dann nach Kansas gezogen. Und ab dem Zeitpunkt hat man von ihr auch nichts mehr gehört. Das einzige oder der letzte Hinweis auf ihren Verbleib war die Umänderung der Adresse, an die ihre Alimente gehen sollten. Also sie bekam von dem Mann, den sie verlassen hat, Alimente und Robinson hat die Adresse geändert, damit er selbst davon profitieren kann und sie selbst für seine Zwecke nutzen konnte. Beverly Bonner wurde auch von Robinson getötet. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt entdeckte Robinson auch das Internet für sich. Er hatte ja schon, wie gesagt, ein großes Interesse an Computern und deswegen hatte er auch schon früh Internet. Also das war früher nicht normal, dass jeder Haushalt Internet hat. Und mit dem Internet trieb er sich in verschiedenen Foren mit dem Pseudonym, das hatte Max eben schon gesagt, dass es nochmal eine Rolle spielen wird, Slave Master herum. Wie der Name schon sagt und auch die Gegebenheiten, die Max schon geschildert hat, war er auf der Suche nach Frauen, die den unterwürfigen Part in seinen sadomasochistischen Vorstellungen spielen wollen. Und tatsächlich fand er auch jemanden. Die 45-jährige Shayla Faith, die eine 15-jährige Tochter hatte, die aufgrund einer Querschnittslähmung im Rollstuhl saß. Robinson gab sich online dann als wohlhabender Unternehmer aus und versprach ihr, dass er die Arztkosten für ihre Tochter bezahlen und ihr einen Job geben wird. Das mit den Arztkosten hatten wir ja auch schon gehört am Anfang noch des Podcasts, dass er das bei einer sterbenden Frau genauso gemacht hat. Und tatsächlich konnte er Shayla auch dann überzeugen, sie ist dann 1994 von Kalifornien nach Kansas City gezogen und leider wie bei allen Frauen hört man nie wieder etwas von den beiden. Die Frührenze, die Shayla bekam, wurde wieder umgeleitet und man geht heute auch davon aus, dass Robinson dieser auch für mehrere Jahre weiter bezog und natürlich wieder für seine eigenen Interessen benutzte. Wobei man das auch so nicht sagen kann, er hat 1995 anscheinend genügend Geld gespart durch die ganzen Checks, die er ja bekommen hat von den verschiedenen Frauen, durch verschiedene Alimente, Frührente oder was auch immer und hat seinem Sohn und seiner Familie ein Haus für 95.000 Dollar in Big Pine Key, Florida gekauft. Auch hier wieder dieses Doppelleben, was man ja von vielen Tätern, von anderen Fällen auch kennt, dass nach außen hin wirklich niemand ihn verdächtigt hat, wirklich so bestialische Morde und so ein bestialisches Verhalten an den Tag zu legen. Also absurd. Und natürlich hat Robinson auch nicht damit aufgehört, sich in BDSM-Chaträumen herumzutreiben und er erlangte eine gewisse Bekanntheit in diesen. 1999 bot er Isabella Lewica, einer 21-jährigen polnischen Immigrantin, einen Job und eine BDSM-Beziehung an. Sie stimmte dem Ganzen sogar zu und zog kurze Zeit später von Indiana nach Kansas. Dort angekommen begrüßte Robinson sie mit einem Verlobungsring. Sie gingen sofort zum Standesamt und kauften eine Heiratsurkunde, die aber niemals abgeholt wurde. Man weiß auch nicht genau, ob Lewica glaubte, sie sei wirklich mit Robinson verheiratet oder wusste, dass es keine richtige Heirat gewesen ist. In den Briefen, die sie der Familie schrieb, sagte sie zwar, dass sie geheiratet hat, aber hat nie den vollen Namen von Robinson ausgeschrieben. Also schon merkwürdig, dass man den Namen seines Ehemanns irgendwie geheim hält. Als ich eben noch gesagt habe, dass Robinson ihr eine BDSM-Beziehung angeboten hat, war es nicht nur eine mündliche Vereinbarung, also ganz normaler sexueller Akt mit bestimmten Vorlieben, sondern Robinson hat wirklich einen richtigen Vertrag aufgesetzt, so wie man es auch bei Fifty Shades of Grey kennt, bei dem sie ihm mit der Unterzeichnung Kontrolle über fast alle Aspekte ihres Lebens gegeben hat, darunter auch eine Verfügung über ihre Konten. Das kennt man ja auch schon von ihm, dass er immer auf das Geld der Frauen aus war, die er tötete. Und tatsächlich verschwand Lewica auch irgendwann im Sommer 1999. Robinson hat auch noch einem Freund gesagt, dass sie dabei erwischt wurde, wie sie Marihuana geraucht hat und deswegen abgeschoben wurde. Er scheint irgendwie nachgefragt zu haben, wo sie denn ist, weil er auch öfter Zeit mit ihr verbracht hat. Als Lewica verschwand, zog zur gleichen Zeit eine Frau namens Suzette Truton von Michigan nach Kansas, weil Robinson ihr 60.000 Dollar im Jahr angeboten hat, wenn sie sich um seinen an den Rollstuhl gebundenen Vater kümmert und dazu noch seine Sexsklavin ist. Aber wie wir wissen, war sein Vater zu dem Zeitpunkt ja schon tot. Also eine weitere Lüge. Wer hätte das gedacht? Außerdem versprach er ihr, dass sie, er und sein Vater die Welt gemeinsam bereisen würden. Die Mutter von Suzette erhielt mehrere Briefe unterschrieben von ihrer Tochter aus verschiedenen Städten, zumindest so ging es aus den Briefen hervor, die sie mit Robinson bereist haben soll. Aber das Merkwürdige war, dass alle Briefe eine Briefmarke aus Kansas City hatten. Man könnte natürlich spekulieren, dass sie die Briefmarken mitgenommen haben für die Reise und damit sie da nicht in die verschiedenen Postämter gehen mussten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Robinson wie so oft Briefe und Unterschriften gefälscht und Geschichten erfunden hat, ist wesentlich größer und passt einfach auch besser ins tragische Gesamtbild. Die Briefe sollen auch Aussagen von Suzettes Mutter nicht in ihrem Schreibstil gewesen sein. Also sie waren fehlerlos und Suzette war anscheinend nicht dafür bekannt, fehlerlose Texte zu schreiben, weswegen die Mutter immer schon spekulierte, dass die Briefe nicht von Suzette, sondern von Robinson geschrieben wurden. Aber die Polizei kam ihm nicht auf die Schliche und Robinson hat sich aus der Affäre gezogen, indem er einfach gesagt hat, dass Suzette auch bei ihm einfach verschwunden ist, dass sie ihn beklaut und abgehauen sei. Und ja, Suzette wurde auch von Robinson getötet. Also eigentlich hat Robinson wirklich immer wieder das gleiche Schema gemacht. Er hat entweder über das Internet Stellenanzeigen Frauen zu sich nach Kansas City gelockt mit leeren Versprechungen, Reisen, Kleidung oder was auch immer so, dass die Frauen zu ihm nach Kansas City kommen wollten. Und wenn die Frauen dann wirklich nach Kansas City gekommen sind, dann hat er sie umgebracht, irgendeinen Mehrwert daraus gewonnen, sei es die Frührenze, Alimente oder was auch immer, hat Briefe oder E-Mails an die Angehörigen geschickt, damit sie keinen Verdacht schöpfen und er sich aus der Affäre ziehen kann. Das sind die Morde und die kriminelle Laufbahn von Robinson gewesen. Und irgendwann kam die Polizei ihm aber auf die Schliche. Da wird Max uns jetzt aber genaueres zu sagen. Ja, tatsächlich. Also wir hatten ja gehört, das FBI hatte Robinson schon länger auf dem Schirm. Der war weiter kriminell. Er soll unter anderem weiter Frauen sexuell belästigt haben. Einer Frau soll er auch das Sexspielzeug geklaut haben. Die brachte das zur Anzeige und am 2. Juni 2000 war es dann endlich, endlich soweit. Die Polizei tauchte bei Robinson auf und hatte Durchsuchungsbeschlüsse für seinen Wohnwagen und für seine Farm dabei. Auf dem Gelände der Farm wurden Leichensuchhunde eingesetzt. Die zeigten besonderes Interesse an zwei Deckelfässern, also diese blauen Chemietonnen umgangssprachlich. Die Fässer wurden geöffnet und in ihnen befanden sich menschliche Überreste. Robinson hatte in den beiden Tonnen jeweils die Leichen von Suzette Troughton und Isabella Levica versteckt. Das sollten leider nicht die letzten schrecklichen Funde bleiben. Man fand heraus, dass Robinson auch wenige Kilometer entfernt, direkt hinter der Grenze des Nachbarstaats Missouri, zwei Garagen angemietet hatte. Auch in diesen fand man Deckelfässer und auch in diesen befanden sich Leichen. Nämlich die Überreste von Beverly Bonner, Sheila Faith und deren Tochter Debbie. Nun war also klar, Robinson war dringend tatverdächtig in mindestens fünf Mordfällen. Man hatte natürlich auch spätestens jetzt die Verbindung gezogen zu den früheren vermissten Fällen Paula Godfrey, Lisa Stasi und Catherine Clampett. Also man ging insgesamt von acht Opfern aus, nur fehlte von diesen drei Frauen weiterhin jede Spur. Es gab nun also bei den kommenden Gerichtsverhandlungen einiges zu klären und dazu wolltest du uns ja jetzt noch mehr sagen, Patrick. Ja, also 2002 stand Robinson dann wegen Mordes an Troughton, Levica und Stasi und weiteren Vergehen in Kansas vor Gericht. Es war tatsächlich der längste Gerichtsprozess, den es je in Kansas gegeben hat und irgendwann nach einem dramatischen Schlagabtausch unter vielen Tränen wurde er tatsächlich in allen Punkten schuldig gesprochen. Hier habe ich nochmal kurz was nachgeguckt. Also die Verurteilung von Troughton und Levica, das sind beides Capital Murders und der Mord an Stasi ist nur First-Degree-Mörder. Und Capital-Mörder sind halt verschiedene Vergehen, zum Beispiel auch an Personen des öffentlichen Dienstes, Feuerwehrmänner, Polizisten oder auch einfach Kindernvergewaltigungen. Also da sind sehr viele Punkte, die einen Mord wirklich zum Capital-Mörder machen. Er muss geplant sein, man muss mindestens ein paar Sekunden darüber nachgedacht haben. Und deswegen wurde er bei den zwei Fällen, wurde er zu Capital-Mörder verurteilt. Er wäre, also wahrscheinlich wäre er auch Stasi, wäre auch ein Capital-Mörder, aber wurde nicht als solcher gewertet, weil First-Degree-Mörder ist einfach lebenslange Haftstrafe. Es macht keinen Sinn, zwischen Capital-Mörder und First-Degree-Mörder zu unterscheiden. Wenn es in dem Staat keine Todesstrafe gibt. Und der Mord an Stasi war einfach vor der Wiedereinführung der Todesstrafe in Kansas. Und deswegen konnte er bei Stasi nicht zu Tode verurteilt werden. Deswegen wurde einfach Stasi als First-Degree-Mörder gesehen. Ja, aber wie schon gesagt, Kansas führt die Todesstrafe nicht mehr durch, obwohl sie wieder eingeführt wurde, was aber noch interessanter und auch ein bisschen schwierig zu verstehen ist, ist, warum er in Missouri nicht verurteilt werden wollte. Ja, wohl so schwierig auch nicht. In Missouri gibt es auch noch die Todesstrafe und in Missouri wird die Todesstrafe tatsächlich auch noch durchgeführt. Deswegen wollte er unbedingt eine Verurteilung in Missouri umgehen. Das war schwierig, weil er hat einfach viele Morde begangen. Es war aber auch nicht ganz einfach für die Zuständigen Robinson zu verurteilen, weil Indizienprozesse, das haben wir schon in unserer Podcast-Vita des Öfteren besprochen, sind schwierig zur Verurteilung zu bringen. Deswegen wollten die Ermittler einen Vergleich anstreben. Sie wollten, dass Robinson sie zu den Leichen der Frauen führt. Und Robinson auf der anderen Seite hatte aber die Angst, dass wenn er sie zu den Leichen führt, dass er doch vielleicht noch die Todesstrafe bekommt. Und an sich hat er auch nicht mit den Behörden kooperiert, weswegen er diesen Vergleich ablehnte. Aber irgendwann wurde Druck ausgeübt, weil die Ermittler haben gesagt, sie streben trotzdem einen Prozess an mit dem Ausgang der Todesstrafe. Und Robinson hat Angst bekommen, weswegen er gesagt hat, er wird sie nicht zu den Leichen führen, wird aber ein Geständnis unterschreiben. Und das hat er dann auch gemacht. Es kam zu einem Vergleich, er hat eine lebenslange Haftstrafe auch in Missouri bekommen. Also es ist letztendlich auch egal. In den USA ist es ja immer so, dass sie für jeden Mord auch verurteilt werden. Aber die Haftstrafe ist ja einfach lebenslang, ohne Möglichkeit auf eine frühzeitige Entlassung, weswegen das keine Rolle gespielt hat. Und hier war es nochmal ein bisschen schwierig zu differenzieren, weil das Geständnis, was er abgegeben hat, was auch als Geständnis gewertet wurde, ist aber kein richtiges Geständnis gewesen, weil er keine Reue gezeigt hat. Also das war ein bisschen schwierig zu verstehen. Hast du das genauer verstanden, Max? Oder also es spielt jetzt auch keine große Rolle für die Verurteilung, nur zum Verständnis des Falles irgendwie. Also ich habe es auch so verstanden in dem Maß, wie du es gerade wiedergegeben hast. Das war es dann auch. Also wie ihr jetzt erfahren habt, Robinson wurde tatsächlich zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, konnte der Todesstrafe noch aus dem Weg gehen, obwohl er ja in Kansas zu Tode verurteilt wurde. Eine interessante Information ist noch, dass im November 2015 wurde die Todesstrafe ausgesetzt in einem Fall, aber für Levika bestand oder besteht sie immer noch. Also rein theoretisch könnte er immer noch zu Tode verurteilt werden. Und eigentlich ist es in Kansas City so, dass irgendwann halt alle Todesstrafen unter den Teppich gekehrt werden. Also das ist das, was ich eben meinte, als ich gesagt habe, dass in Kansas City keine Todesstrafen durchgeführt werden. Das ist, weil sie irgendwann ja beiseite gelegt werden. Aber Robinson ist der erste Fall, wo das nicht gemacht wurde. Also es bedeutet einfach nur, dass rein theoretisch immer noch die Möglichkeit bestehen würde, dass der Staat sich dazu entscheidet, ihn doch noch zu töten. Und ja, da sind wir eigentlich, glaube ich, am Ende des Falles angekommen. Ja, vielleicht noch eine ganz interessante Zusatzinfo. Ich hatte ja gesagt, dass Robinson verheiratet war, seine Frau Nancy. Die hat sich tatsächlich erst von ihm scheiden lassen, nachdem er verhaftet wurde. Also recht spannend. Die Begründung war unüberbrückbare Differenzen. Ja, jetzt kann man sich, das hatte ich ja vorher schon gestellt, diese Frage, jetzt kann man sich selber natürlich auch überlegen, inwieweit Nancy Robinson vielleicht Mitwisserin war. Das konnten wir selber nicht herausfinden. Aber ich denke, wenn man sich jetzt diesen Fall angehört hat, dann ist klar, also was John Edward Robinson ausgemacht hat, ähnlich wie ein Sektenführer vielleicht. Dieser Mann hatte eine gewisse Fähigkeit, auf den Verstand seines Gegenübers einzuwirken. Also er muss es irgendwie geschafft haben, dass Menschen ihm wirklich hörig sind. Und vermutlich gehörte seine Frau auch dazu. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir den Fall eigentlich gut abgedeckt, alle wichtigen Informationen genannt. Es gibt einen Aspekt, zu dem mich persönlich noch deine Meinung interessieren würde, Patrick. Ja, ich höre, Max. Wir haben ja gehört, dass Robinson wirklich lange, lange Zeit beobachtet wurde vom FBI und eigentlich nie wirklich verhaftet wurde. Also es erfolgte kein Zugriff. Ich persönlich, das kann ich sagen, habe zu diesem ominösen geheimen Kult, dem sogenannten International Council of Masters, nichts finden können im Internet. Also Robinson sagt ja, dass er selber Teil dieses SM-Kultes war. Was ich mich gefragt habe, Patrick, hältst du es für möglich, dass Robinson vielleicht tatsächlich Teil einer Organisation war, einer geheimen, die so einflussreich war, dass sie verhindert hat, dass er verhaftet wurde? Puh, da gehen wir natürlich jetzt schon ein bisschen in die verschwörungstheoretische Richtung. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Grundgedanken dahinter, den du ja irgendwie implizierst, dass es merkwürdig ist, dass er so viele Verbrechen begeht und trotzdem nicht festgenommen wird. Aber nee, glaube ich nicht dran. Glaubst du da dran? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich frage mich halt auch, kann man von Polizeiversagen oder FBI-Versagen sprechen hier in diesem Fall? Also es ist ja wirklich einiges zusammengekommen. Und eigentlich hätte man auch schon früher zugreifen müssen, meiner Meinung nach. Das ist nicht geschehen. Und ja, dann stellt sich bei mir jedenfalls folgerichtig die Frage, die ich dir gerade auch gestellt habe. Gab es da vielleicht noch einflussreiche Organisationen im Hintergrund? Ich persönlich habe keine Ahnung. Vielleicht können es die Leute ja auch bei Instagram ihre Meinung dazu schreiben, was sie davon halten, ob sie das für möglich halten. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt euch unterhalten gefühlt. Natürlich immer mit dem nötigen Respekt an die Angehörigen und Mordopfer. Hast du noch irgendwas zu sagen, Max? Oder sollen wir uns von den ZuhörerInnen verabschieden, nachdem wir jetzt erfolgreich in die neue Season gestartet sind? Ich denke, es ist Zeit zu gehen. Also, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und hoffentlich hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.